Ich hoffe du hast auf jeden Fall hier einiges mitgenommen, wahrscheinlich waren das sogar viel zu viele Informationen auf einmal, aber das Video kannst du dir immer wieder neu anschauen und dir immer wieder ein bisschen Inspiration daraus sammeln. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei der Bildbearbeitung und ich würde mich auf deinen Feedbacks erfreuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.